dies muss jetzt aber richtig aber ja hier kann man schnell durch die weiße kälte durch rennen fiktiv gesehen danach machen wir auf jeden fall noch so ein alter der reflektion dingen und das weiß ich nicht da ist jetzt einfach nur noch gekloppt gerade auf jeden fall ja komm was wollt ihr denn jetzt hier hinten das hat auch gekloppt dass wir einfach das was so leicht hat dass wir hier einfach alles niedermähen kann aber wenn es ziemlich das einzige ist was auch dieser art ist naja auf jeden fall geht es dann wieder hoch vor allem wollte ich auch ursprünglich hier team versinkt machen in dem part problem ist aber nur braucht eine ewigkeit bis es immer zwölf spieler gefunden hat und selbst dann kommt mit mir irgendwie direkt in den orbit geschickt das heißt wiederum das funktioniert hat nicht wirklich als mindestens dauert zu lang dass das irgendeinen sinne hat daher dann jetzt einfach irgendwas jetzt hier das halt auch gut dass man da neben dem feuer stehen kann uns dann trotzdem nichts aufwärts aber gut irgendwie muss man das ja ein bisschen schwer machen ich habe gerade auf die nächste platzung geschafft einfach falsch gesprungen zuflucht vor dem sturm oder gesagt zuflucht von der sinnvoll zuflucht vorm sinn und das wird noch mal ein absturz und das heißt jetzt gleich war es auch noch passt und da hat man das dann auch immer gelöst und zwar noch ganze 132 schuss für den boss doch gleich wenn man so nennen will also effektiv fast gar nichts wird selber schuld wenn man so wie ich einfach komplett durch rennt ja das kann ja nur was werden das hat jetzt hier schon immer so stark reingeschaut mal hat egal ja komm dass du auch mal gleich sage ich doch da ist immer schnell hier durch auf jeden fall wenn ich da wird es wahrscheinlich mit dem altar laufen aber keine ahnung mal warum nicht denkt man dann aber noch gerade eine zeitbrückung in naja oder so dann machen wir jetzt hier mal katalysator das hat auch noch ein ruhenmuster ok na wobei das eigentlich relativ einfach nämlich müssen das das und das am schießen und jetzt wird es nervig weil jetzt müssen wir genau die paar raussuchen die bei den verschiedenen teilen nicht passen wie jetzt hier das ja hier passt alles zueinander wie es aussieht das heißt jetzt hier gucken ob da jetzt sowas unterschiedliches ist wo ist das dritte von diesen runden dingern das sind ja nicht nur zwei oder ja doch das ist aber hier mit abstand da war das ja dann muss es hier sein und hat eben da beim letzten ja da hat man das auch ja diesmal trifft es mir nicht richtig wo sind sie dann die guten streiten nach die waren nach die ware natürlich dieses gottverdammte dingen ziemlich einziger was das teil am neben hält ist halt diese verdammte teleportation oder die hat sei dass ich keine munition wirklich habe aber davon ab rein gar nicht ja komm ja komm und jetzt nochmal ja soviel dazu das verdammte sperrfeuer und das sage ich ja nicht mal die ganze zeit so kommt er drauf ja 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 doch ja 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 also habe ich ja komplett vergessen na dann macht man das so auf ich fragte es dich schon was ist das relikt auf dem mars das ist die wahrheit das relikt ist ein überbleibsel der ersten pyramide die den mars besuchte an jedem ort den die dunkelheit während eures untergangs berührt hat hinterließ sie eine visitenkarte ausgabungen und mehren planeten und runde werden weitere ans licht bringen ich würde jedoch davon abraten ja bestimmt würdest du das na dann ab geht's ok das war extra dumm dabei das geht sogar nicht die sauberste ausführung aber es geht auf jeden fall ich meine platin zeit wird das auf gar keinen fall aber ja ich werde einige gegner hier wird das schon fein dann so ja aber das war doch nicht gerade im eindruck mit dem schaden egal kommt durch da wusste das jetzt auch da 2 14 das war wirklich nichts egal besser wird es auch nicht also damit will ich sagen was das mit dieser part also bis zum nächsten mal auf wiedersehen